Willkommen zu einer neuen Piraten-Schatz-Folge mit Fuber und Schnorrer-Tachtenschuss Wieso bist du nicht gleich bei der Reisestation geblieben? Das sind wieder wertvolle Sekunde Wieso geblieben? Ich war nicht mal in der Nähe Ja, warum warst du dich? Oh, jetzt ist ja ne Menü, ich krieg's kotzen Drück mal, drück mal, ich bin rausgegangen Drücken Sie auf Wurmwater Dankeschön Das ist ja ein dolle Ding Das ist eine Frischheit Das ist echt doll So Noch mal ein paar Granaten kaufen Und eine Waffe habe ich noch, ist nicht Ne, das war keine Waffe Woanders Ich hab doch und was Ah, hier das Schild Ach, ich hab da noch so ein Billig-Schild Auch noch die Anzeit dabei Ein Billig-Schild hat er So, hast du schon K? Alle Spieler erfordert Jawohl, ich spawne, bin da Hey Hey Jetzt So Ich musste nur Signal geben Hallo, ich bin auch da Kann man nicht mehr überspringen, die Scheiße Warum? Ich hab grad' nichts K? Du drückt Du, du, richtig So Aber ich find' das total dumm, dass sie hier dann direkt reisen muss Ja, das ist das Schwachsinn So, und jetzt kommen wir genau auf der anderen Seite wieder raus, oder? Ja, noch sind wir ja nicht da, wir müssen ja noch mal immer runterhüpfen So Hüte, hüte, hüte Hüte Hat mir mal ein paar HP noch gekauft So Na, jetzt fliegen wir hier runter Tja, die schlechte Nachricht ist, der Lediata hat uns verschloten Aber wo ist sie jetzt? Also sie muss ja noch auf dem Tier sein, weil sie wird ja glaube ich so angezeigt. Sie ist ja oben drauf. Ja, und dann war das Vieh besiegt und sie hat sich glaube ich weggebeamt, möchte ich sagen. Müssen wir mal drauf achten jetzt. Guck mal, jetzt hat er Level 51. Oh. Oh. Ah, du hast recht, wir sind auf der falschen Seite. Warte jetzt, wo ist sie? Da unten. Aber irgendwo war sie gerade? Da unten steht sie. Stimmt. Und stimmt. Sie biebt sich weg und lässt eine Waffe fallen. Ja. Achso, das sagt sie ja auch. Ich hätte vielleicht noch Munition kaufen sollen. Also ich will mal, also viel wert war sie nicht, aber. Die war auch glaube ich nicht stark. Äh, Incendiumia Gier. Ähm, in Rot Dieb. Sehr effektiv gegen Fleisch. Ja, ich weiß ja nicht, was... Also wahrscheinlich gut gegen den Deviathan jetzt. Ich weiß ja nicht, was Dieb heißt. Die vielleicht kriegt man denn, wenn man damit jemanden tötet, irgendwie extra Gold oder sowas. Ach, Dieb, auf Deutsch. Von dem Wort Dieb, das steht in Roten da, weißt du? Ich dachte, ich hätte jetzt ein Englisch Dieb, das wäre tief. Nein, nein. So, er müsste entweder auch jetzt nochmal Level... Nee, Level 52 verhaftet. Ich sehe die noch nicht mal. So, ich sehe. Achso, wir müssen ja auf die Blauen, ne? Ich nehme mich erstmal die Linken, da. Greffe aber nicht. Ich habe ein bisschen getroffen. Wie? Ja, bewegen ist doch scheiße. So, meins ist kaputt. Dein Zuhörer auch. Ja, ich habe kaputte Schossen. Nee, ich habe ja die andere Seite beballert. Ja, ich auch. Hey, du warst doch von links, ich habe von rechts... Ja, links war doch schon die ganze Zeit kaputt. Lol, ich habe keine Muni mehr. Lol, ist ja krass. So, jetzt kommen wieder die Sandfirma. Oder auch nicht. Doch, doch. Aber sein Herz lebt noch. Sein Herz lebt noch. Jetzt sein Herz kaputt. Jetzt kommt die Sandfirma. Aber warum war denn meine Muni da alle? Sehr schmachsam. Hier ist noch ein... Oh, Töte 50 Sandfirma. Ein Skin oder so. Deswegen habe ich viele überfahren. Hast du das? Ja, den habe ich. Der lila war hier, oder? Nee, grün. Achso, dann hast du das Iridium liegen gelassen. Ich verstehe. Ich kämpfe hier ein bisschen. Habe ich noch nicht. So, jetzt muss man doch eigentlich loslegen, während ich schnell die Sandfirma. Nee, hier kommt noch einer. Hattest du, ich mache gar kein damage mit der Waffe bei den Viechern. Aber warum? Wieso, was hast denn du da für eine Waffe? Oh, eine Schild. Bei ihm hat es gut funktioniert, aber... Alter, jetzt kotzt er mich hier an. Du hast es geschafft. Der verlorene Schatz des Sandes ist dein, mein Volk. Achso, siehst du, und er legt sich da jetzt hin und dann ist an der Seite hier seine komische Flosse. Richtig. Das hast du jetzt erkannt? Naja, natürlich, ich muss das ja nachträglich analysieren. Was? Die Analyse. Wenn ich im Kampf bin, dann ist der Fokus auf Kämpfen. Du bist jetzt also Sky TV Experte, ne? Da habe ich nix, ne? Da kann ich nix daneben und so. Weißt du? Wieso sind die jetzt arbeitslos, oder was? Wieso bist du arbeitslos? Ja, natürlich. Cool. Wisst du doch. Da viel gearbeitet hast du ja nie, ne? Das stimmt schon. Das ist korrekt. Aber Sackkraulen war ich immer ganz gut. Ja, das ist deine Fähigkeit. In dem Rollenspiel. Ja, das ist deine Fähigkeit. Da bin ich ein Gegner. Das ist deine Fertigkeit bei Borderlands. Aktiviere Sackkraulen. Falsch. Kraul, 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 kraul. Ja, du bist... Dein ganzes Leben ist falsch. Ey, die Trunse... Wann ist noch mal Schluss hier? Die Trunse teilweise noch geöffnet. Teilweise, ja. Oh. Ey, was sind das für... Die leuchten so komisch, die Schilder. Ab weil ich jetzt hier HD hab, ja? Du hast ja noch keine HD nennen. So, Herausforderung gemeistert. Was? Mit Piratenschatz... Öffnen, also Truhe öffnen. So, ist jetzt irgendwas cooles dabei. 43.000er. 30.000er Sniper. 67.000er. Leck mich. Krass. Ernsthaft? Oder nur die Preis jetzt? Der Preis. Achso. Au. Das ist ja nicht dabei, wo ich jetzt sagen würde, uh, die nehme ich mal nochmal mit. Nö, da von den Waffen her, und der Stärke her ist das, glaube ich nicht gut. Ich weiß auch nicht, wie das ist. Ich glaube, du musst das... ...jetzt noch mindestens einmal spielen oder so, oder sogar zweimal, und dann... Kommt wieder eine Legendary oder was? Nee, dann levelt der irgendwie mit oder so. Aber ich glaube, das... Nee, 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 ich glaube, das nur in diesem... ...wenn du diesen ultimativen... Kammerjäger... ...dings hast. Weil, dann bist du ja unfallen bei level 70, und da geht's ja nicht mehr höher, und der... ...boss ist halt... ...ääh... ...der wird ja dann 72, 73 sein, oder so. So alt schon, ne? Genau. Und damit hast du dann eigentlich dann... ...mal den Stärkeren. Gut, hat sich jetzt nicht so gelohnt. Nee, das war eine echt schwachsinnige Idee von dir. Dann nutzen wir... ...den noch mal zu spielen. Können wir nochmal, äh... ...den unbesiegbaren machen, und dann sind wir auch durch. Naa... Nee, 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 nee. Nee, nee, ich geh nicht vor der Kamera, nee. Nee, du sollst auch nicht vor der Kamera, aber eventuell. Wenn dich denn SEE? Unbesiegbare hast du gesagt. ich weiß jetzt gerade nicht was ich sagen soll nämlich gut nichts 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 die beim amt die sagen auch immer oh gott der schon wieder wie beim amt wie soll ich dich noch nicht auf rtl 2 gesehen woher weißt du denn dass du mich dann noch nicht gesehen ich kann doch hier erst mal verkaufen die die bieten raketenwerfer auch gleich irgendwo ganz nach oben gestuft 80.000 der mit jena zigtausend 80.000 wo ist die andere hatte ich noch und den 43er und dann die andere hat 120.000 aber macht explosiv schon das war mir klar das war so klar und damit beenden wir diese folge so aber jetzt müssen wir doch da wieder einlösen und dann wird wie wir das jetzt einlösen vielleicht wieder kopf glaube ich nicht was du glaubst so 13.000 kredits und 4300 erfahrung du hast es geschafft der verlorene schatz des sandes ist dein mein freund sie waren umwerfend nicht war alleine aber aber jetzt kannst du es nicht noch mal spielen das war jetzt noch mal eine nebenquest scheint so also eine haupt nebenwiese bis jetzt nicht einstieg konnte mich doch übers menü ja ich war ich konnte ja nicht ahnen dass du auf immer hier und die fieber hast oder so und auf mich fahrt das überlegst du eigentlich vorwart du sagst oder kommt da einfach so raus meinst du mich ja stück peinliche stelle so dies war wachst du da ihre nummer vor allen dingen als letztes mal schon gemacht diesmal ich habe ich habe auch das letzte mal und dann habe ich da die zig male davor und du hast es ja auch ich habe es ja auch du bist der reiche schnösel hier von uns beiden was denn für ein reicher schnösel komm du hast mehr kredit du sitzt auf deinem geldstuhl das automatisch immer geld druckt mein geldstuhl hat fünf geldstuhl und dann wird daraus geld produziert ja ja genau siehst du deswegen komme ich auch diese inflation wird zu viel geld im umlauf ist ja ja genau das geld weil ich einfach zu viel stuhlgang ab müssen wir jetzt da hoch oder was muss links hier genau und gleich wieder links und links und links und stopp da wäre es sterben ziehen wir den direkt durch oder ja super dass du hoch fährst der andere fachst du ist oben ich weiß du warst so langsam zu langsam ja dann reise wenigstens direkt war ein bisschen gast da hatte ich muss noch munition und du musst gar nicht du musst reisen mann tu jetzt reisen da wo da ist du bist im menü ich bin gar nicht im menü du bist ein typ was soll hier durch die ganze raffinerie weiß ich nicht warum weißt du das nicht rasch nur das sind noch eine neben quest nee 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 das sehe ich nicht ich bin gerade im menü ja wie immer bis der wasser gerade irgendwo da so ich verkauf nämlich meine waffen jetzt noch nicht weil durch tod verliert man ja wenn du mehr gold drauf hast da ja da verlierst du mehr gold das ist wir schon klar so und wenn ich das ja aber noch nicht habe das mehr gold das mehr gold wenn sie nicht das merken bist du da jetzt nicht falsch gelaufen ich habe die quest aktiviert welche quest die nehmen die hier noch war bis du hörst du mir nicht zu alter da müssen wir doch jetzt aber eine folgen pause ja das ist klar aber da müssen wir erst hier den schmutzigen typen und jetzt hast du noch mehr sport mein gott ein professionell schießt doch mal also schnell um so dann pause pause klingelingeling den unterricht beende ich spitze bis zum nächsten mal tschüss tschüss